Ein paar Kühe grasen friedlich auf einer grünen Wiese. Im Hintergrund rotieren Windräder und prägen mit ihrer meterhohen Erscheinung die schleswig-holsteinische Landschaft. Dieses Bild gehört zu meinen eindrücklichsten Kindheitserinnerungen an den echten Norden. Aber wie ist es eigentlich in der Nähe eines Windrads zu leben? Dieser Frage gehen wir heute in unserem Schwerpunkt auf den Grund. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 5. Dezember. Ich bin Morgana Allianor Pfeiffer und ich habe euch heute diese Themen mitgebracht. Nach dem Nikolausbrauch Klasum auf Borkum rückt nun eine weitere umstrittene Tradition in den Fokus der Öffentlichkeit. Den Angestellten des Wohnmobil- und Wohnwagenherstellers Hobby aus Fockbeek könnte möglicherweise Kurzarbeit bevorstehen. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für eure heutige Abendgestaltung. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Schwerpunkt. Die Wildvogelretterin Kerstin Zoller und die Krimiautorin Nicole Wollschläger haben eines gemeinsam. Sie leben in unmittelbarer Nähe eines Windparks. Mein Kollege Grisha Beißner hat die beiden getroffen und gefragt, wie sieht denn der Alltag eigentlich aus, so mit Windrad vor der Haustür? Tja, tatsächlich für Menschen überraschend unauffällig. Man hört die Windräder wohl nur selten und wenn, dann nur bei bestimmten Windverhältnissen. Die eine Befragte sagte, selbst dann sei es nur wie ein Windhauch, der Verkehr sei da viel lauter und nerviger. Auch wenn die andere vermutet, dass es wohl vom Einzelnen abhängen kann, wie sehr man sich jetzt gestört fühlt. Auf Dauer würde es sie persönlich nerven. Das ewige Gerede vom Landschaftsverstandeln trifft aber nur auf wenig Verständnis. Das stimmt zum Beispiel gar nicht. Und wie stehen die beiden zur bekannten These, Klima und Natur bzw. Tierschutz seien nicht vereinbar? Da sieht es bei Windrädern deutlich schwieriger aus. Die eine Befragte ist bei der Wildvogelrettung aktiv und für Vögel sind Windräder ein echtes Problem. Besonders, weil es dort vor allem Greifvögel und Störche trifft, von denen ohnehin viele bedroht sind, weil sie den Lebensraum verlieren. Damit sind Windräder wohl fürs Klima gut und von der Umweltbelastung besser als Kohle oder Gas, aber nicht automatisch gut für die Natur. Besonders, weil in unserem Land vier Hauptrouten für Zugvögel liegen. Und wenn da Windräder mitten reingebaut werden, ist das ein Problem. Genau das scheint aber das Land nun vorzuhaben, berichtet der Nabo Ermshorn, zu dem auch die Vogelretterin selber gehört. Und sind die Aufregung und die Vorbehalte gegen neue Windparks, wie aktuell zum Beispiel in der Gemeinde Bönning steht, eigentlich berechtigt? Also was die Wünsche angeht, sagt die eine, dass erstmal die Netze ausgebaut gehören, bevor immer mehr Windräder aufgestellt werden. Und dass die besser auf intensive Landwirtschaftsflächen gehören als Naturschutzgebiete. Die andere wünscht sich vor allem mehr Bürgerwindparks, also dass die Menschen direkt vor Ort auch etwas davon haben, statt der großen Konzerne, die, wie sie findet, für die aktuelle Energiekrise mitverantwortlich sind. Das passe auch nicht zusammen, dass in Bayern der Windausbau hakt, aber nun bayerische Unternehmen hier Windräder hinstellen. Gleichzeitig wünscht sie sich aber auch, dass das Ewige nicht in meinem Hinterhof aufhört. Die Energiewende sei ja dringend nötig, sagt sie. Vielen Dank an Grisha Beißner von den Elmshorner Nachrichten. Der Nikolaus-Brauch-Klasum auf Borkum sorgt gerade bundesweit für Empörung. In einer NDR-Reportage berichteten junge Frauen von gewaltvollen Erfahrungen. Dabei sprechen sie von blauen Flecken und Zitat Megaschmerzen. Der Verein hinter dem Brauch kündigte daraufhin Änderungen an. Die Gewalt gegen Frauen soll es künftig nicht mehr geben. Aber nicht nur auf der Nordseeinsel gehören Schläge in der Vorweihnachtszeit offenbar zur Tradition. Ein weiterer traditioneller Nikolaus-Umzug macht gerade Schlagzeilen. Meine Kollegin Swanna Kühn weiß mehr. Swanna, um welchen Brauch handelt es sich denn hierbei? Hi Morgana. Also es geht dabei um die Krampus-Umzüge in Österreich und im Süden von Bayern, die immer wieder in einer Kritik stehen. Der Krampus, das ist quasi der böse Gehilfe vom Nikolaus. Und der sieht auch ziemlich böse aus. Also er trägt eine gruselige Maske mit Hörnern und ein Kostüm aus dunklem, also meist braunem Fell. Und während der Nikolaus die Kinder beschenkt, die das Jahr überbrauch gewesen sind, bestraft der Krampus die, die es eben nicht waren, mit seiner Route. Die Krampusse sind in Vereinen organisiert und in der Vorweihnachtszeit finden dann die Umzüge statt. Also die Vereinsmitglieder laufen mit ihren Kostümen durch die Dörfer und die Städte. Und damit ziehen sie auch immer wieder einzelne Zuschauer aus dem Publikum und schlagen sie dann mit der Route. Dafür gibt es allerdings Regeln. Die Route muss aus reisig, also aus dünnen Zweigen bestehen. Und es darf nur unterhalb des Knies geschlagen werden. Also vielmehr leicht geklopft. Denn wehtun soll das eigentlich nicht. Es kommt allerdings immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen. Und ist es dort in diesem Jahr auch schon zu Gewalt gekommen? Ja, tatsächlich schon. Also ich kann da gleich mehrere Beispiele nennen. Schon vor dem ersten Adventswochenende ist in Sams ein Umzug eskaliert. Also insgesamt 50 Menschen sollen sich da an der Massenstegerei beteiligt haben. Dabei wurden dann acht Menschen verletzt. Genau, am vergangenen Wochenende wurde dann eine 22-Jährige in Imst mit einer Route so stark auf die linke Hand geschlagen, dass sie ihre Hand nicht mehr bewegen konnte. Also die ist so stark angeschwollen, dass die Finger nicht mehr vollständig bewegbar waren. Und eine 51-Jährige hat in Anras fast eine Fingerkuppe verloren, weil ihre Hand in dem Absperrzaun gesteckt hat, an dem die Krambusse dann gerüttelt haben. Das war Svanna Kühn aus der Ad-Hoc-Redaktion in Hamburg. Vielen Dank. Was in Schleswig-Holstein gerade sonst noch wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein In den Pandemiejahren boomte das Geschäft mit Wohnwagen und Wohnmobilen regelrecht. Doch nun steht der Branchenführer Hobby in Fockbeek vor einem Problem. Das Lager ist zwar voll, doch zu viele nicht verkaufte Campingfahrzeuge zwingen den Betrieb zur Drosselung seiner Produktion. Der Hobbysprecher Frank Mauke sagte der Redaktion in Rendsburg, die aktuelle Auftragslage reicht momentan nicht aus, um unsere Produktion in allen Bereichen voll auszulasten. Es seien zwar Maßnahmen geplant, um auf die aktuelle Marktentwicklung zu reagieren, dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 1200 Beschäftigten in Kurzarbeit gehen müssen, so die Gewerkschafter und der Betriebsrat des Unternehmens. Hobby selbst äußerte sich nicht zum Thema Kurzarbeit. Das Interesse an Reisemobilen und Caravans sei nach wie vor ungebrochen, betonte Sprecher Frank Mauke. Ausblick Böhme Nessler und dem Hamburger Star Medienanwalt Joachim Steinhöfel. Wenn ihr selbst Teil der Debatte sein und Fragen stellen wollt, könnt ihr das jetzt noch schnell tun und zwar an fragen.noz.de. Der Livestream ist für Abonnenten kostenlos. Alle Themen und Texte findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Das war es auch schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es dann am Freitag, den 6. Dezember um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt es wie immer auf SHZ zum Nachlesen und kostenlos anhören oder in unserer neuen Audio-App SHZ hörbar. Habt einen guten Start in den Tag.